Ich habe noch nicht oft erlebt, dass er in einer Minute drei so Dinger hat. So, der Ball ist nicht drin, Torsten! Der Ecke kommt und der Ball ist nicht drin! Und der Ball ist nicht drin, er ist wieder nicht drin! Vollhand nochmal ran! Dann kommt nochmal ein Fuß, nochmal ein Fuß, dann klärt nochmal eine Hand. Das gehört auch dazu. Das Spiel hat begonnen. Es regnet und es regnet. Ach, ist das schön. Der Ball ist drin und das Tor zählt. Es ist keine Abfallsposition. Das Tor zählt! Und das Tor ist leer! Und der Ball ist drin! Deniz! Und 1-1! 1-1! Dort wohl mit dem Fehler und jetzt der gute Meister da vorne und da ist das Tor! Meister! Meisterhaft! Und der nächste Ball verlost! Und das nächste Tor von Benzl im 3-1! 3-1! Zülow und Dresden! Zu Recht. Das waren zwei Geschenke. Ich glaube, das 3-1 spielt alles in unsere Karten. Das sieht gut aus. Wir haben das Spiel im Griff. Und dann passen wir einmal nicht auf beim Konter. Besschen kommt! Und ist er drin! Er ist drin! Gutau macht ihn rein! Wir dürfen es trotzdem nicht zu solchen Situationen ankommen lassen, weil wir glaube ich vorher den Sack zumachen können. Das Spiel ist aus! 3-2! Wahnsinn! Und bei 60 München, glaube ich, das kann man sagen, brechen jetzt wirklich schwere Zeit lang.